Ich befinde mich hier in Innsbruck im Garten vom Haus der Begegnung und neben mir sitzt Elisabeth Rathgeb. Sie ist Autorin und hat bei uns das Buch Kopfsalat mit Herz geschrieben. Elisabeth ist eine begeisterte Hobbygärtnerin und auch wenn es da im Haus der Begegnung im Garten noch ein wenig zurückhaltend ist, der Rhododentron dahinter blüht noch nicht, merken wir, dass Frühjahr beginnt. Elisabeth, wie schaut es denn in Deinem Garten aus? Die Kokusse blühen in Blau, in Violett, in Weiß und in Gelb und die Beete sind vorbereitet für die erste Saat, für Karotten und Radieschen, für die Steckzwiebeln und die Kartoffeln. Der Garten ist ja für viele Menschen ein wichtiger Ort, wo sie kreativ sein können. Du schreibst in Deinem Gartenbuch aber auch darüber, dass diese Arbeit meditativ ist. Was soll man sich denn darunter vorstellen? Für mich ist der Garten der ideale Ort für eine spirituelle Entdeckungsreise. Er gibt mir Boden unter den Füßen, hier fühle ich mich verwurzelt und geerdet. Zugleich ist er ein Ort der Ruhe und der Kraft. Ich fühle mich verbunden im Kreislauf der Natur und dem Geheimnis des Lebens, das dahinter steht, ganz nahe. Mir gefällt besonders, wie Du lustig und locker schreibst, das merkt man in Deinem Umgang mit den Schädlingen oder auch mit dem Unkraut. Das gehört ja auch zum Garten dazu. Man hat fast das Gefühl, Du hast eine besondere Beziehung zu jeder Pflanze in Deinem Garten, beziehungsweise zu jedem Gartenbewohner. Ist das so? Jeder Gärtner und jede Gärtnerin weiß, dass in der Natur alles miteinander verbunden ist und ich bin ein Teil davon. Und daraus wächst diese enge Verbindung, was nicht heißt, dass mich die Schnecken immer freuen. Noch eine Frage zu unserem Kopfsalat. Der war ja titelgebend. Es ist jetzt die Pflanzzeit und auf was muss man denn aufpassen, dass man so einen schönen Kopf bildet? Eben dieses Herz mit den gelben, zarten Blättern. Der Salat darf nicht zu tief gepflanzt werden, dann macht er einen schönen Kopf. Das ist das ganze Geheimnis. Danke für das Gespräch und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude mit dem Gartenbuch von Elisabeth Rathke. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis.